um ein leute und willkommen zur nächsten folge von let's play league of legends mal wieder eine pre-made truppe jippie 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 und Oriana tanzen schön also mitarbeiter tecker hallo Goldnowsenborn ein Wiener das mit dabei ein Marcel und Chemie die ist dabei Ago und das Ramos und wenn der Muster abfreundet wer von euch hat dann blauen ist bei mir die Anni die Kurschens Kürtel Kürtel das kann stellen Wieso geht bei mir gerade das Sound nett? Das finde ich nicht lustig. Ich habe mich eingeschaltet. Verdammt. So, fangen wir wieder mit dem Red an. Mal sehen. Will dir aber nicht helfen. Ich möchte dir nicht helfen. Das kannst du alleine machen. Lara? Ja? Das ist voll und ganz in Ordnung. Klar, wo du bist. Ich werde auch in meinem Jungle bleiben und werde dich elendig verrecken lassen. Ich werde dich nebendran stellen und ich werde so lange lachen, bis ein Leichnam respawned. Sie braucht keiner. Ich bin sofort. Und, Jen, okay. First time Jen, ne? Oh, yes. First time Jen, ja. Jen, first time Jen. Ah, besser als die Ari, denn wir wissen, die Ari, die ist... Komisch realistisch als Baron River auch mal dazu. Was ist das? Das sind selber zu glänzen. Das ist kleiner und so. Aber ansonsten sieht es doch auch so aus. Ich wollte schon weg von. Hast Glück, ob das du es bist. Ich mache es meistens gleich. Oh, ungültiges Ziel. Ah, los. Oh, ungültiges Ziel. Jo, Computer sagt nein. Ja, was spiel ich nochmal? Ach, ja, Darius Schuss. So, wir haben auf der Botlane als Gegenseit in Ezreal... Wenn ich Level 6 hab, sag ich Bescheid. Und wenn dann was ist, bitte schreien. Schreie! Jetzt sofort! Das dauert noch eine Minute, hm? Oh, ein Weiger in der Mitte. Der Skin, der sieht jetzt eng so cool aus. Und ein Bio-Schmiede, Darius. Ja, auf der Topping, jo. Der macht mehr Angst. Ich finde, er sieht einfach aus wie der Action-Man. Erinnert sich jemand von euch an den? Action-Man, der größte Held in deiner Welt! Ja, ja. Was für Action-Man. Wie, er kennt Action-Man denn? Was für Action-Man? Das war mal eine Action-Figur. Da waren wir noch Kinder. Damals, alles noch aus Holz. Der Action-Man war schon aus Plastik. Ich finde, er sieht aus wie bei Toy Story. Ja. Bis zur Endlichkeit. Und noch viel weiter fahren. Ich kann auch, Gott, ich kriege immer gar nicht. Ich kriege immer gar nichts. Ich kriege nichts. Ich kriege nichts. Ich kriege nichts. So, lass mal sehen, wie es sieht momentan aus. Wow, 8 Farms. Bio-Schmiede, Darius hat 7 Farms. Yay. Cool. Kann ja auch nicht fahren. Und, Markus, hey, wow, du bist ja auch Jana. Ja, ich fahren gerade noch ein bisschen schlecht. Gott sei Dank noch einer, der schlecht fahren. Ich fühle mich fast nicht schlecht. Ich fahre mir so schlecht. So, wir brauchen eigentlich als erstes einen Gang. Oder möchtest du als erstes einen Gang? Ich? Wie ne? Jo, Markus, dich ignorierst du mal? Ich komm mal auf die Top-Name. Ausgezeichnet. Komm zurück, Alter. Komm zurück, weiter. Du siehst stabil aus. Du siehst gar nicht stabil aus. Ich hab bestimmt schon 10 Farms verpasst. Du siehst sehr labil aus. Und was soll ich dagegen machen, wenn du Farms verpasst? Helfen. Dass ich Geld, äh, Geld krieg oder so. Jetzt bin ich erst mal auf der Top-Name. Du kannst angreifen. Greif an. Go, go, go. Ach Gott, da ist was. Da ist böse im Busch. Ich hab schon gesehen. Bin das ja auch gewartet hat im Busch. Junge. Schon geil. Darin sieht man mal den Pull nach oben. Geh los, es geht los, es geht los, zack. So. Soll ich mir helfen? Ich bin der Farms weg, oder? Ich helfe dir doch. Dafür kriegst du Erfahrung. Ah, spinne. Top-Name ist jetzt in zwei allein. Yay. Oh, da hat er ins Web vorbeigeschossen. Elise. Elise. Ah. Ah. Wuhu. Wuhu. So, komm her, komm her. Komm her. Komm over here. Mein, 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 mein. Farms. Ah. Oh, ne, bitte nicht groß. Ich geh da mal wieder. Ah, das geht nicht. Hauptsache, du flasch dich weg, oder dann werd ich gecrafted. Ja. Der Sau. Wie er lacht. Ja, das war die Dara. Dara, gibt's da etwas, was du uns sagen willst? Hä? Hä? YOLO und so. Achtung, geh weg, geh weg, wenn der Lantern macht. Green Lantern? Ah. Weil dann gript er irgendwie. Dann kommt Azova oder Els soll dann die Lanterne klicken und keine Ahnung. Wie voll die Gay-Kombos. So, die Mittel sind schön, weil gar kein Mana. Ja. Oh Gott, der Elsie farmt tausendmal Bescheid. Ja, du musst jetzt drauf. Der war doch richtig. Der war doch richtig, Junge. Richtig. Ja. Ja, der Trash ist miss, aber... Der wird... Der ist base-kommen. Nein, das war mal einfach. Nicht draufschießen, wenn's so viele Minions hinterhalb sind. Aber du hast mir grad meinen Kamm. Ja, aber dann darfst du nicht auf dem anderen gleich draufschießen. Leute, wenn ihr so weitermacht habt, jetzt hört auf, sonst kriegt ihr beide keinen Nachtisch und musst früh ins Bett. So. Ja, ich muss morgen in die Schule. Ja, also. Stell' mal vor, du musst ohne Nachtisch ins Bett. Und dann? Ich bin froh. Ich hab' leider Sex. Sehr gut. Find's gut. Also wie gesagt, wenn du das schreibst, guck' dann immer auf die Lande. Jenna! Hi. Und Spät ist jetzt nicht total übersteuert gewesen. Komm, ich komm' auf die Botland. Ja. Soll ich auch kommen? Fokuss mir den Trash, würd ich sagen, weil der Wald vorne steht als... Soll ich auch kommen? Ähm... Wenn's knapp wird, ja. Oh, shit. Oh. Ui. Oh, das ist gut, das ist gut. Oh, Gott. Oh. Oh. Oh, so kurz. Ah, ich hab' mehr Trash nicht. Ja. Das ist gut. Sorry, Leute. Also, das... Das ist... Oh, nein. Very funny. Very funny. I'm coming in a having a busy. Oh, Gott. Ich schau' mal in der Mitte vorbei, Markus, wenn du magst. Wenn du magst. Also, vorausgesetzt weigert... Ja, da traut sich denn... Da nochmal. Hm. Hat er irgendwo gewordet, was das zufällig sagt? Ich glaub' nicht. Worte kann er noch nicht. Hey. Hey. Der Front-Diagnose-Schleuse wie echt. Eine Tatsache, der hat sein Wort-Item vergessen. Ist wird klasse. Hm. Oh, das war schön, dass ich denken konnte. Danke. Hat mich grad ungemein motiviert mich zwar ein, bevor du ihn kriegst. Und Markus? Ja. Soll ich mich mal dazu äußern? Ja. Unit-User-Data. 0, 8, 4, 4... Alter, was ist das schon wieder? Da haben sie wieder missgebaut. Das Sunset, das Maus, das kommt öfter schon. Ja. Aber letztes Mal war es Distance B. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ein anderes Mal war Distance, genau. Hm, hm. Hm, hm. Das ist... Darius... Bespielende Darius. Der hat mir eine Frage. Ich bräuchte ein Blubber für uns möglich werden. Nein. Okay. Er ist für mich reserviert. Deine Mama ist für Blubber, was? Deine Mama ist für dich reserviert. Oh, nee. Die ist auch für mich reserviert. Ja, siehst du? Das ist mein Läder, aber... Nö, was? Was? Und warum hat Annie bei mir ein blaues Bild? Hast ihr das in letzter Zeit auch so oft bei euch? Nö. Ja. Also, dass irgendwelche Leute da... Ich wusste mir das passiert, letztens irgendwann, aber das war nix. Na der Rede will. Also, Markus, wenn du Blubber haben willst, ich bereite grad vor. Also, richtig viel passiere, tut dir auf der Top-Lane jetzt auch nicht. Ja. Dafür geht's bei uns auch. Danke. Bitte. Geh halt Abstand von mir. Das finde ich nicht. Oh, Tower ist weg. Ja. Und weil du Tanki bist wie Sau. Nein. Nein. Ich bin da. Nö. Ich bin da. Oh, der hat mich entzündet. Das ist ein Darius, der macht gleich Danking. So, ich will dich direkt angreifen. Hm. Ich bin da. Ich bin da. Ah. So. Ich bin da. Nein! Okay, deine Jenae zu gehen bringt nichts. Schreiben, Gleise, dann habe ich es ja total für den allerwertesten rausgehauen. Tower Dive! Bleeding to death. Let's have make-ups. The normal beast from Tower kommt, jetzt! Oh! Schade! Schade! Not for all. Tja, das ist halt so as real, ne? As real as a gas. Ich habe Schokolade. Ratet mal, was ist denn ein Blendenbärde? Schokolade. Nein, nicht Schokolade. Ich hatte eher gedacht an Fluxmulade 98. As real as a gas. Man kann es auch lassen. Ja. Aber, ja, ich glaube, da gibt es Probleme mit Microsoft am Ende verklangen sie mich noch. Ich weiß schon. Oh Gott. Aber was ist mit dem Darius los? V-Base. V-Base. Oh, Markus. Vorsicht. Du bist gegen das Problem. Scheiße. Oh, ich war mein Ding nicht die. Unterweg. Ich war gerade so schlecht. Dauer. Was gerade ist mit Kamera draufgehalten? Ich hoffe es nicht. Nein. Ich habe es gerade weggemacht. Okay. Ja. Ich bin da. 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 Dann kann ich jemanden töten. Oder nur noch ein. er gar nicht mehr Tor doch noch nicht dort Darius meint natürlich bis er groß wäre aber Arjo und wohl schön gut Schuss im Oberator jetzt sind die Hälfte ich habe immer noch keinen einzigen bei den Lernensitzungen Oh, die hat fast getroffen. Ich kann nicht, ob die Ultimae. Ich hab die schon im Mittelgrad verwendet. Macht nix. Wir sind auf dem Weg. Ich glaub, da steht beim Baron rum. Ich habe Doppelbuff. Nice. Oh, nee, da kommt er. Darius. Oh, shit. Markus, Darius. Danke, Darius. Ultima-Sendel. Hilfe. Ja, Lack. Ah, ja, ich will noch immer nix. Schnee waren die jetzt da. Schnee. Kassen bis zum Grund. Ich war da oben. Ich hab gedacht, es steht irgendwo beim Baron rum und Wildporten. Ah, da kommt alle. Scheiße, ich bin zu mir. Ah. Ah. Ich hab 23 gepingt, aber es kommt keller. Ja, ist unzinteressistisch. Ich kann nicht. Aus dem Weg, Lara. Sie kann nicht. Was? Doch, Jana kommt jetzt. Ja, jetzt. Ich hab mich schon mal in der Mitte mit irgendwas beschäftigt. Ich wollte eigentlich schon Darius holen, aber dann kamen drei andere und dann war ich halt ein bisschen in den einer Wertsend gekniffen. Ulti? Ja. Bam. Oh, nö. Oh, nö. Was war denn mit dem los, was ist das Idiot? Er wollte seine Ulti machen, oder? Er hätte recht, aber er hat sich wegteleportiert, aber ist in Ordnung. Ja, was? Ich möchte mich nicht beschweren. Nö, nö. Ich hab zwei Bären. Ah. Der Weigert, bist du zu viel AP, ich muss mir den mal holen. Darius tut auch nicht. Vorsicht. Vor? Oh, shit. Der Weigert ist weg, der könnte hochkommen, Vorsicht. Was? Ja, den brauch ich jetzt auch nicht noch. Da könnte er noch hoch. Dann weiß ich hier, die ist dann. Geh mal drauf, geh mal drauf, geh mal drauf. Ja, wir gehen drauf. Aber nicht drauf gehen, wie ihn drauf gehen. Schlimm. Ja, dann gehen wir das Ding holen. Mein Tor. Go. Meiner, meiner, meins, 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 meins. Och, nö. Dankeschön. Oh, bitte. Ja, bitte. Freut mich, das Gehäufer. Hilf mir, Pusher. Hey, bin auf dem Weg. If you guys want group sex, ask, just ask. Meins. 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 War's gut gefallen. Danke. Gut gefallen. Danke. Gut gefallen. Hm, Bluber was ab. Ich glaub, der weiß nicht, wo ich bin. Oh, er hat mich getroffen. abgestoßen darios bei ich glaube das wird nix dann besser weggehen scheiße wie schlecht war das gerade kommt Storak würde ich noch da glauben Prozent Na gut gehen ich brüch' morgen und dringend ich hab' dich grad für mich gab's zu Globo Zähne der Revolte Nase weggefordert mh mh so so wie sieht's momentan aus aktuelles Netz ich hab 57 Farben aber ich sehe schicken Proletzten das hätte ich noch mal mit Absicht gemacht Augen auf, Augen auf, Augen auf, Augen auf schneid ihm den Weg ab schauen wir mal die scheiß Fliege ne gehen auch mit Markus ernsthaft ich war voll und drauf und dran den kleinen zu machen was wird dann oder es wird nicht als die Bank ist immer das kann sein es ging mir um den Trash es ging mir um den Trash verstehst das nicht jemand wie du verstehst etwas nicht ich hab Angst man weigert aufzugehen am Ende gehst du drauf in der Schmerz so schlimm man sind wir sind in den Farm 55 und haben dazu wird nur wieder mit dem Kölz der Angelegenheit Ich hab da jetzt nicht einen Krieg von dir. Ja, weil du wolltest. Nein, weil sonst hätte ich draufgeschossen. Ach Gott, ach Gott. Ja, 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 bleib da. Ich mach immer nur das. Siehst du, wie gut das geht? Oh, ja. Schön. Doppeltötung. Wir kennen den nicht, Feiten. Wir haben keine Chance. Das ist wahrscheinlich der Weiger hochkommen. Dann kommt gleich was ganz anderes hoch. The fuck I am. So, komm her, tot der Dator. Glutorange. Ach, erinnert mich schon nicht dran. Es gibt so widerliche Präparate, ne? Schmeckt nach einem Erbrochenen. Das war so eklig. Komm, hör aufs Meerweig hoch. Das war so eklig. Da kommt der Mock. Kerosin. Oh, ja. Ah, nein, komm weg. So, schnell immer übelst Counter-Jungle. Und den großen Geist wird klauen. Und dieser Teamfighter-Botlane. Eps, der Schärter. Trash ist übel. Ja. Da kommt natürlich auch Jana an. Pakti Darius. Pakti Darius. das ist hier drüben da oben das war es aber nicht nur mehr als mit gepackt das ist nicht schön was machte ich habe mich mit Darius angelegt mit Darius legt man sich nicht an dass eine riesen Axt das ist leider auch wollt ihr wissen wer noch eine riesen Axt hat nicht du ja das ist richtig muss er jetzt mannigen Potsdamer Reiter oder trotzdem für drei jetzt mit zum um ein Gott sei was sei es 3 Prozent Schaden an ich 50 Punkte Schaden die ist so unfassbar Ademburg auf Kahn was gibt es noch Mann der Torwart mit Ort und Wetter sollte nicht das weh, oder? Und rauf. Ab den Trash. Ab alle! Ich hab alle! Ich hab alles! Ja, ich fand's irgendwie noch. Ich hab getankt. Unit User Data. So. Oh, nein, gender. Easy. Okay, das noch easy. Hoppala! Bist du da, weil das schon da noch drauf gehst? Kein Mann an, ja. Gute nicht draufgehen, ich wollte nur meinen Bären auserholen. Meine kleinen Bären. Ich wollte meinen Bären rausholen. Oh, Gott. Das ist schon nicht mehr ein, das ist ein Problem, das heißt nichts. Ich bin einfach da noch gestorben, das wo es ist. Warum? Das ist scheiße. Ja, ich bin einfach. Go Carson. Okay. Soll ich? Ja, go, go. Oh je. Ja, das ist... Trash. Geh doch drauf, oh Gott. Ja, mein Gott, ich war grad müssen... Boah, Leute, ausgeschlecht. Ich komme! Ich brenne! Oh, das ist doch kacke! Die... Hauptsache, die poken mich weg. Hauptsache, ich komme raus und kann nix stunnen. Ich wurde 25 Mal gestunnt und weggepokt. Ja, vor allem, ich komme aus... Ja, und gehe direkt in den Stunt vorbei, ich erinnere. Ha, ihr denkt, ich will euch stunnen. Jokes on you, ihr stunt mich. Ich komme! Look at them, look at them. Da, der noch. Hi. Oh Gott. Wah! Ah! Sieht aus, sieht aus wie so graben Fehler grad. Darius! Meins, meins, meins. Meiner, meiner. Ach, Markus, du fährst aus mir alle Kills. Sorry, da ich carry'n will. Du carries und killst du das nicht. Ah, schon wieder. Das war schon wirrer, gell? Das war eindeutig meiner, hallo? Das war eindeutig meiner. Das war eindeutig meiner. Ich war doch wenig ins Trofenwäsche. Also das war auch ganz eindeutig meiner. Habt ihr das gesehen? Also deiner war das jetzt nicht, weil... Aber hallo, das war mein Tod. Also das war meiner. Hallo. Hallo. Oh, dieser Shen. Ah, ganz einde. So wie das schön rumläuft. Hatte ich da mal Acht drauf gegeben. Das sieht ja mal so merkwürdig aus. Das Leben ist mir oder so. Ja, du läufst wie ein Hinkeln des Dinkelbrot. Was? Hinkeln des Dinkelbrot. Hinkeln des Dinkelbrot. Ein Hinkeln des Dinkelbrot. Äh, Leute. Ich will jetzt mal jemanden gehen. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja, mach dir ruhig weiter. Und was war schwer jetzt? Ja, und so das macht sein sanft. Also das war ein Sanft everywhere. Und schon wer das kommt. Warum achst du das arrib mir lecken? Da kann ich Device gebracht? Das da können advise ich detox рек美osohnungen. Das war das so. die und die Resistenz ist man hier zwei Heiler Tränke das heißt er ist eine Tänke nicht wirklich also ich weiß was er macht aber es ist nichts halbes nichts ganzes noch kein Ding der Brot es liegt nicht mal mit mir an Hälfte aber auch steck anders und noch ein da war da was wird ich muss noch mal Alter Fokus doch nicht alle in Versicherheit aus und die Kinder und das ist ein unwichtiges Detail ganz ehrlich ich bin fünfmal gestorben mann ich bin fast so schlecht wie Annie genau so schlecht wie Kate und auch mein Gott vor allem die Gäste und ach du scheiße und einfach nur allein ich bin allein Lisa hat ein blaues Vieh-Eck getötet auch oh nein Janet hör auf schön dass ich helfe kommt oh ja du warst eine große Hilfe hey ich bin mit meiner Ulti drin gesprungen okay und dann war ich beim Holger Tod okay und dann war ich beim Holger Tod und jetzt kann man draufgehen äh jetzt kann man draufgehen äh das war schön das schelfen konnte hello party Darius pushen im Rommertop Lane rein das sind sie zu pushen der ist eher am Deffen sobald wir die Wassern vorgedrungen sind ich geht hoch jo und da ist er weg yes oh ja jetzt jetzt pusht er come on ich brauch ein bisschen money 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 und da war nicht zu rum ich weiß die Fragen aller Fragen stellen wir gesehen wir gesagt ich glaube die wollen mit dem machen ich habe so ein Buch die haben schon längst ein Trait gemacht ich will jemanden weiter ein schluss das ist ein das ist ein das ist er macht so viel Schaden Ahrhilfe oder seine Klaternen zu schlussern wollen alle die Schaden machen b Hilfe ich glaube ich nicht, aber ich bin so gut wie tot, einer dieser Trash, alter das war ja übel was ist mit dir falsch? was ist mit denen los? ich hab keine alten SIS bekommen trinken killed, ich hab acht SIS ich hab fünf SIS, ich müsste meiner weise wissentlich mehr haben Darius, den hol ich mir oh Gott Hilfe ich weiß, ob das eine gute Idee ist mit so lowlife, der macht nämlich jetzt so dunking und dann bist du weg ja nö ich will das SIS haben, so ja, wollte ich gar nicht was war das eben? das war traurig ass wie der Kugel hat er nicht gerechnet scheiß Fliege, kotzt mich an oh Gott oh Lara ist dead das Ja nein die 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 Endlich, meine Klasse. Okay, back. Ohne Klasse, Dota. Ich bin ja 3.000 Gold, was ist denn los? Ich muss doch schnell. Sieht eigentlich saubbescheuert aus, wenn man so sauschnell rennt. Unser Brett ist gleich wieder da. Zack. Ich fühle mich gerade so extrem nutzlos. Ich finde es nicht gut. Tut was von meinem Selbstgefühl. Soll ich sterbe gehen? Nein. Okay. Ich kann mich exekutieren. Wenn sie mich lassen, muss ich sie halt töten. Bin da. Ich bin reingerannt. Ich habe kein Teleport, ob ich kann. Ich bin reingerannt. Mööö. Durchhasen. Kommts, kommts. Ich bin noch, du. Hm. Darius fehlst. Ich glaube, der hilft gleich mal ein bisschen mit am Nexus. da ist er schon geh mal auf die Toplane, mach dir was allen kaputt wie ich mich so hinter euch stelle siebenmal gestorben das kann doch jetzt nicht sein ah na, da mach ich nicht mehr ich hab mal so nichts entzünden können ja, das war jetzt schlecht ich hab 8, es ist, ich muss normalerweise 13 haben 13 oder 14 bei mir muss eigentlich erst 10,33 ich glaube ich sollte mal runtergehen den Tower-Deffen, oder? die Mittelwerk hat wichtiger nur weil da die da ist nur weil da ich da gerade durchpaschen muss, nicht unbedingt herkommen ja, super wunderbar, wisst ihr was, ich mach dann noch die Reds und Drake und dann komm ich aber jetzt, was soll ich denn alleine machen? ja, wenigstens dürfen wäre nur Idee kleinlich so endlich endlich die machen glaube ich was? noch ein bisschen die Orte mit dieser Frucht an die Kälte sind doof alles klar machen wir ihn halt wieso sind die doof die sind alles schon längst wieder da ja aber die hätten wunderbar Zeit gehabt nicht unbedingt jetzt was ist das auf jeden Fall ja doch mal wollen wir drauf bleiben ich weiß nicht nee lass weg gehen wuhuu achso wuhuuu engage mal oder nicht hängst bitte nach vorne gut alles klar ich bin da einer kriegt die Kugel das ist in dem Fall der Karsten ich kann es ich kann es kann es ja ja man sieht ich bin Tank so wo bin ich wo bin ich oh fuck was ist das gerade ist das auf dem geportet der hat mich gerettet oh nein du nein ach schau dir das ey ich guck mir den an oh gott nein ach scheiße nein ich kann nicht mehr reagieren der ist real ey oh gott ich muss weg es böse des bösen hi hallo Farbin night a bro mit ulti und ja ich hab mit meiner ulti zu ihm teleportiert ach das unverwundbar Ah, super Rüstung. Extrem firm. Ich weiß aber gar nicht, ab was wird das abgemessen. Das ist die Zahl, die da dabei steht. Ja, 850 steht bei mir. Absorbing 850 Damage. Aber ja, war das mehr oder bleibt das immer so? Hast du da irgendeine AP oder AD hinten dran? Nee. Dann bleibt's gleich. Oh, was hab ich noch getan? Das geht halt. Ja. Ich glaube, die wollen gleich noch ein bisschen mitpushen. Ich hande so im Urin. Das geht nicht. Ich bin auf dem Weg. Hier kommt weiter. Schmeckwetter. Ich hab Trash gefunden. Was hast du gefunden? Ein Trash. Ja. Ist gerade an mir vorbei. Du wurzt. So. Bin schon auf dem Weg. Ei. So. Soll ich drauf gehen? Nein. 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 Vielleicht wenn Annie, ähm, wenn du was draufsch. Zuerst musst Tacker treffen. Erstmal einschüchtern. Nein. Ja. Die stetschen. Oder sie müssen einfach alle zusammenstehen. So zwei, drei. Das würde schon reichen, wenn sie zusammenstehen. Nein. Oh Mann. So guck Lake. Du bist verkorkst. Oh ich habe die siehe. Oh cool. Ah ok, da bin ich. Pepin Darius. Oh. Weil. Weil. Einfach 800 Lebenspunkte wegziehen. Will man in? Nein. Ja jetzt kein, oi 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 oi. Schönen Darius können wir noch mitnehmen schön K das für ihn reist allerdings nimmer ausreichend die mitzunehmen da war erstellt was war das ohne einen Spitzung überhaupt nicht eingehen ich habe nur 350 Rüstung we are going to die 3 Prozent Fokus für mich das ist mit dem kaputt oh GG 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 K 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 Base Werde mich? Ich war so nützlos, nützlich, tschuldigung, hab ich versprochen. Oh, der Hopp. Würde sagen, bänd mir mal die Folge, ne? Ciao, Leute. Ja, wos. Ciao. Das war's. Das war's.